Achtung! Präsentiert das Gewehr! Die Augen links! Ein dreifach Hurra seiner Majestät! Hurra! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich melde Eure Majestät Gehorsam das 1. Bataillon des 150. Infanterie-Regiments zu Eurer Begrüßung angetreten. Euer Majestät Soldat Beermeyer Euer Majestät Soldat Langer Euer Majestät Unser Offizier Himmelsstoß Protektion! Höre durch! Offiziere! Unteroffiziere! Meine Soldaten! Die Männer, die heute hier ausgezeichnet worden sind, haben im hohen Maße ihre Pflicht erfüllt im Kampf für unser Vaterland. Die Nation erwartet, dass jeder Einzelne von Ihnen diesem Beispiel folgt. Als Ihr Kaiser überbringe ich Ihnen die Grüße des gesamten Volkes und bitte Sie, weiterhin tapfer einzustehen im Vertrauen auf unseren allmächtigen Gott und unser Vaterland. Das war's für heute! Die Nation erwartet, dass jeder Einzelne von Ihnen die Grüße des ZDF für unser Vaterland ist. Die Nation erwartet, dass jeder Einzelne von Ihnen die Grüße des ZDF für unser Vaterland ist. Eine ganze Zeit?